molle leute und herzlich willkommen auf max gaming channel 13 mein name ist max und ich möchte heute mit euch wieder mal zum black desert eintauchen letzte folge haben wir uns hier über das ui unterhalten heute möchte ich mit euch über das questlog reden warum das questlog wichtig ist ja erstmal zu wissen dass questen in black desert ein wichtiger bestandteil sind und man nicht nur sinnlos grindet im black desert die questen zum beispiel geben besondere items sie geben contribution point xp sie können energie geben und inventar erweiterung oder accessoires oder bestimmte waffen genauso ist es möglich über questen kampfpunkte zu erhalten oder auch xp für alchemie kochen oder sammeln so wichtig ist erstmal zu wissen wo komme ich denn ins questlog da drücken wir einmal die taste o wenn wir die tasse gedrückt haben haben wir ein fenster mit drei registerkarten aktive quests vorschläge wiederholbare quests dass die registerkarte aktive quests bildet alle questen ab die ich angenommen habe also ich als charakter angenommen habe und da gibt es verschiedene questen und die gucken wir uns jetzt mal an und zwar folgendermaßen es gibt hier wie man sieht eine quest mit vorne einem zeichen ein haus und einen turm das ist eine so genannte general quest oder eine allgemeine quest die kriegt man von jedem npc in einer stadt in einem dorf oder einer not die kann man dann erledigen und bekommt halt belohnungen dafür diese quest mit dem gelben pergament und dem ausrufezeichen sind sogenannte story questen die story questen sind dazu da um die geschichte von black desert dem spieler näher zu bringen wo es dann natürlich auch um gewisse belohnungen geht aber eben halt hauptsächlich soll die geschichte erzählt werden dann hat man hier ganz wichtig diesen schwarzen punkt mit den zwei roten augen das sind die schwarzgeist questen diese questen bekommt man nur ausschließlich durch den schwarzgeist und man kann sie auch nur ausschließlich bei ihm abgeben das sind halt die wichtigen questen die einen durch das spiel führen wo man halt besondere belohnungen bekommt die dann halt eben auch auf das level angepasst sind beziehungsweise eben halt wie man dann halt so spielerisch lernt mit dem spiel umzugehen dann hat man die quest ist leider hier nicht zu sehen gibt es sogenannte erkundungs questen das sind questen die kann man nutzen um gegenden zu erkunden dazu muss man halt zu einem bestimmten punkt hinreiten oder muss die gegend zum beispiel suchen und wenn man sie gefunden hat und entdeckt hat kann man diese quest wieder abgeben und bekommt natürlich auch eine belohnung dann gibt es noch die trade questen oder die sogenannten handels questen die sind dazu da damit man wenn man ja zum beispiel gerne händler ist oder handelt dass man dann eben halt darüber zum beispiel xp machen kann oder eben halt so bestimmte münzen bekommt oder auch items halt dann gibt es die sammler questen beziehungsweise die processing questen oder auch berufs questen genannt diese werden mit einer kleinen kiste dargestellt von also wie hier zum beispiel die zwei pfeile oder das schwarze so wird vor der quest ein ja eine kiste sein die letzte an art der quest sind diese entgegengesetzten pfeile und es handelt sich hierbei um die daily questen die kann man stündlich machen also einige kann man stündlich machen einige kann man nur alle 24 stunden machen und alle manche kann man halt eben nur wöchentlich machen das steht dann auch immer dahinter das wären zum beispiel die unterschiedlichen questen die man hat in der zweiten registerkarte gibt es die sogenannten vorschläge das heißt das sind empfohlene questen die mal vorgeschlagen werden unter anderem sind da die story questen bei zum beispiel besondere items zur inventar erweiterung sind bei die erweckung des schwarzgeistes ist dabei wo man dann eben halt so ein bisschen die schwarzgeist story halt nach spielt dann fertigkeitsquesten und so weiter und so fort die sache ist die dass diese questen bei den vorschlägen aus verschiedenen questen zusammenstellen zum beispiel hier sehen wir eine spitzhacke vor der quest das ist eine sogenannte processing quest oder eine eine berufs quest die dann halt wo man dann halt vielleicht fische sammeln muss oder angeln oder eben halt pilze sammeln muss oder holz sammeln muss oder man muss was herstellen die werden mit einer spitzhacke zum beispiel dargestellt ja die einzelnen typen der kosten hatten wir ja gerade behandelt man sieht hier sehr schön bei den vorschlägen dass da stufen es gibt das hat auch einen sinn damit man halt sieht wo die quest weitergeht zum beispiel stufe 37 kalfion geheimniswächter und und jordin ist dann sozusagen die vorhergehende quest storyline zu media schwarze aura und valencia geschichte des königreichs also die geschichte schließt aneinander an die dritte registerkarte sind die wiederholbaren questen und eine finde ich mit die wichtigsten questen also die daily questen weeklies oder wie man die sagt stündlich hierzu muss man sagen diese ganzen daily questen das sind unheimlich viele die kann man alle machen wird man wahrscheinlich aber nicht schaffen weil sie am nächsten tag wieder da sind wichtig ist hier zu sagen hier gibt es auch wieder stufen das hat auch einen sinn und zwar folgendermaßen ich hatte ja in der letzten folge schon erklärt mit den beitragspunkten dass es sich hierbei auch um ein exp system handelt das heißt wenn ich eine quest abschließe bekomme ich zum beispiel bei manchen questen die beitrags ep das sieht dann so aus wie eine medaille wo da steht beitrags ep und ein wert dahinter wenn ich jetzt also am anfang noch stehen und wenig beitragspunkte habe dann lohnen sich halt diese kleineren questen noch beziehungsweise man kann auch die großen questen gleich von anfang an machen wenn man das level hat wenn man aber relativ neu ist in black desert online auch nicht das level und das equip hat dann ist zu empfehlen immer erst die beitrags oder die questen in kalfion statt und in kalfion zu machen weil die einfacher sind dementsprechend geben sie dann natürlich auch weniger beitrags ep hier zum beispiel gibt es beitrags ep 200 sehe ich gerade das sind die manchas süße rache gibt es 200 also hier kann man sozusagen in kalfion beitrags ep machen oder an kalfion statt später dann kann man in media die punkte machen da gibt es 28 dieser questen da sieht man auch sehr schön dass ich hier schon einige day dies gemacht habe und dann ist noch ein cooldown drauf also man kann hier in dem blog kann man auch sehen wie lange cooldown noch auf meinen questen besteht oder man geht dann halt wenn man größer ist mit 56 57 nach valencia in die wüste und macht dort seine dailies das kann man sich aussuchen und so baut man dann allmählich seine beitragspunkte auf so dass man dann irgendwann 300 oder sogar noch mehr 300 hat das alles durch questen dann gibt es die sammel-lehrlingsquesten die alchemie-lehrlingsquesten fischfanggeselle und das steigert sich dann halt mit dem beruf halt dann also mit dem grad des berufes steigert sich dann das auch welche questen angeboten werden ja das soweit zum aktiven questlog zu dem vorschlagsquestlog und den wiederholbaren questlog jetzt gibt es auch im ui noch ein questlog fenster wo eben halt auch die questen angezeigt werden hier ist zu sagen dass wenn man eine quest annimmt das automatisch diese quest hier ins questlog rein wandert dafür gibt es dann diese buttons die dann sehr interessant sind da gibt es zum beispiel den button um die quest zu verstecken damit bleibt sie im aktiven questlog erhalten aber sie wird hier nicht mehr angezeigt dann gibt es hier die schaltfläche die quest aufgeben damit würde sie sozusagen aus dem aktiven questlog gelöscht werden und auch hier aus der anzeige des normalen questlogs dann gibt es die schaltfläche informationen über einen questort erhalten das heißt man kriegt dann diese navigationshilfe und man kann dann sozusagen oder es wird angezeigt wo es denn wo die reise hingeht also wo die quest beginnt wo sie stattfindet und dass diese schaltfläche ist eine fläche wenn man die benutzt dann zeigt er nicht nur die oder die navigation zeigt nicht nur an wo die quest stattfindet oder wo man sie abgeben oder annehmen kann sondern er läuft auch automatisch gleich dahin jetzt kommen wir zu dem wie kann ich denn eigentlich rausfinden wer eine quest hat das liegt ganz einfach wir sehen das schon ich stehe davor alle die npcs die eine quest haben haben ein viereckiges gelbes symbol über den kopf wenn man jetzt eine quest annimmt geht man auf den npc drückt er dann sieht man auch schon hier vorne dass es sich hierbei um story questen handelt klickt sie einmal an nimmt sie an dann sieht man hier sehr schön dass eine quest schon abgeschlossen wurde weil ich einfach nur mit dem npc reden muss so jetzt habe ich hier alle beide questen von dem npc angenommen und man sieht dass das viereck jetzt blau wird gelb heißt also ich die quest ist verfügbar ich kann sie annehmen blau bedeutet die quest ist im schwebenden zustand das heißt sie ist noch in bearbeitung und kann noch nicht abgegeben werden und eine quest die beendet wurde ist rot umrandet mit einem roten häkchen drin so wie hier dann kann ich dahin gehen und kann sozusagen die quest abgeben es gibt aber auch noch questen die grün angezeigt werden diese questen das sind aufgaben zum beispiel für die für die für die berufe zum beispiel sammelt dies macht dies sammelt das stelle das her und so weiter ist aber im grunde genommen nichts anderes wie die normalen questen in blau das heißt ich nehme sie an mach sie fertig und gibt sie dann ab Der letzte teil zu dem questlog ist dass es zum beispiel häufig im stream gefragt wird nach einem update oder bugfix dass plötzlich die questen nicht mehr angezeigt werden bzw dass die leute die questen nicht mehr haben und da wird dann häufig gefragt wieso kann ich die questen nicht mehr annehmen das ist eigentlich ganz simpel man geht entweder auf das auf o auf das questlog und hat hier unten diese favoriten da kann man dann alle questen einstellen kampfquesten arbeitsquesten fisch handel andere questen oder halt alle das hier unten diese favoriten entsprechen den optionen von hier also man sieht alle quests kampfquests fischfang erkundung handel sonstige questen arbeit fisch handel andere und halt lebensquests halt wichtig ist zu wissen wenn nach einem update oder bugfix diese häkchen rausgenommen wurden dann verschwinden die quests das können wir mal kurz zeigen das sind jetzt kampfquests jetzt sieht man dass hier hinten zum beispiel eine quest verschwunden ist warum die gelben die beiden gelben questen hier nicht verschwunden sind also der eine blaue und eine gelbe quest liegt daran dass es sich dabei um storyquests handelt und storyquests werden immer angezeigt normale questen also allgemeine spielquesten von npcs die verschwinden dann dann geht man einfach entweder über unten auf die favoriten und klickt an was man haben möchte ob man arbeitsfisch handel andere questen das sind auch hier hier in den optionen die lebensquesten die gehören dann zu den sonstigen und andere ob man dann wieder alles rein macht oder eben halt so wie ich halt nur die kampfquesten und dann sieht man schon dann erscheinen wieder diese ganzen questen die von normalen npcs vergeben werden und somit und somit kann man nach jedem bug fix oder patch einfach das quest die questen nochmal neu einstellen man sortiert sie kann sie sich dann auch nochmal sortieren wie man das möchte also nach distanz nach quest annahmezeit oder zum beispiel der bevorzugte typ also aufsteigend oder absteigend ich benutze sehr gerne immer die nächste distanz weil das hat den vorteil dass wenn ich halt eben in den dailys bin nehme ich natürlich die nächstliegende daily quest arbeite die ab und gehe dann weiter ja das war eigentlich schon alles was man zum questlog wissen muss ich bin jetzt raus bis zum nächsten mal euer max macht's gut tschau 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 tschau